Vor neun Wochen konnte Vincent Langer hier den Weltmeistertitel in der Kategorie Formular erringen und heute hat er wieder den Tagessieg einfahren können, hier beim Multivan Windsurf Cup auf Sylt. Vincent, erstmal herzlichen Glückwunsch, natürlich lief alles perfekt für dich. Ja, wir hatten heute wirklich einen extrem anstrengenden Tag. Insgesamt fünf Kurs ran, bei wirklich ganz schwierigen Bedingungen. Auflandiger Wind, riesengroße Wellen, viel Strömung. Wir sind mit unseren größten Segeln rausgegangen, dann hat der Wind zugenommen, wir haben wirklich da draußen gekämpft. Letztendlich konnte ich jetzt von diesen fünf Rennen wirklich auch fünf gewinnen. War aber nicht immer so einfach. Nico hat zeitweise geführt, Gunnar hat zwei Rennen geführt. Das heißt, es war wirklich immer richtig spannend, richtig knapp. Aber jetzt bin ich natürlich überglücklich. Ich freue mich aber auch auf die nächsten Tage, denn für die nächsten Tage haben wir eine ganz, ganz klasse Wind-Vehersage. Mit Sicherheit wird es Slalom-Action geben, vielleicht sogar Freestyle und vielleicht sogar Wave. Also die Nordsee, die gibt gerade alles.